Willkommen zu Summoner's Ring. Egal was ich jetzt machen würde, wenn ich jetzt irgendwas studieren würde oder so, wäre ich jetzt nicht unter den Besten. Weißt du nicht, das ist ja gleich von League of Legends. Der Ehrgeiz zu gewinnen treibt mich an, weiter zu spielen und viel zu spielen. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass ich irgendwann so einen 9-17 Uhr Job machen muss. Wenn ich mir irgendwie hinkriege, ein E-Sport was aufzubauen, dann will ich halt versuchen E-Sport zu bleiben, in welcher Funktion auch immer. Wenn die Jungs hier wirklich nur am PC hocken, dann gibt es da 8000 Menschen, die zuschauen. Ich bin im Fernsehen vorbei! Das sieht jetzt aus wie eine schwule Katze. Sie und Smash. Die machen alles, um besser zu werden. Ja, da war der Backpack groß genug für dich. Tschüss. Bartok spielt wieder super. Das sieht aus auf jeden Fall meine Ansage. Dio, Thunderlord. Gut, das reicht!